Einen wunderschönen guten Tag zurück. Michael ist am Start. Michael T. Senta in Los Santos. Wir stellen eine neue primitive Gefechtslösung vor. Unsere handgeschärfte Machete Action on the Stizzle. So, wir schauen auf die Karte und stellen fest, dass da noch ein Lama, äh, Läster ist. Aber wir haben hier noch jede Menge Missionen für den Frickety Franklin und ein B-B-B-B-B-B-B-B-B-B- Consumer Impossible für den, äh, für den Trevor. Trevor heißt der Mann. Und deswegen werden wir jetzt erstmal zu Franklin wechseln und dann nochmal ein bisschen aufräumen. In dem Bereich. Ja, ja, der hat sein Moped hier. Gut, dann soll es das Moped sein. Wir fahren als erstes mal in die Berge und gucken mal, was da jetzt geht. So. So, dass wir da mal wieder ein bisschen aufräumen. Wir wollen ja hier nichts verpassen. Wir wollen ja hier schon irgendwie alles mitnehmen, was so geht an Nebenmissionen und allem. Und das LP geht schon eine ganze Weile. Das ist aber nicht das Problem. Das kann auch gerne noch eine Weile weitergehen. Außer wir bringen uns um, dann geht hier nichts mehr weiter. Aber Franklin fährt weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist Franklin, so kennen wir ihn. Er kann ja auch so fahren. Ui, dahinter lässt er eine rote Spur. Ja, das hat er drauf. Voll die Spanne der Exzene. Wow, das war ja ein Knaller. Das war ja unglaublich. So, ist ganz schön neblig irgendwie in der Stadt. Na gut, wir haben ja auch mittlerweile November. Das ist ja dann kein Wunder. Geht er auf den Winter zu. Franklin ist dafür aber immer noch sehr kühl gekleidet. Das war eng. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber es ist schön, wie sein Pulli so ein bisschen im Wind weht. Flatter, flatter. Sehr flatterhaft. Hui. So, dann gucken wir mal, was da oben für ein fremder Freak herumsteht. Vielleicht hat das ja noch irgendwie besondere Bedeutung und wird uns in irgendeiner Form später mal weiterhelfen. Ist ja nicht auszuschließen. Ups. Ganz schön weit draußen. So. Wie gesehen, links ab. Ach so, war schon das richtige Links. Habe ich schon mal erwähnt, dass es total bescheuert ist eigentlich, dass hier die Charaktere einen ewig weiten Weg auf sich nehmen. Straight in eine Richtung. Also wirklich auch zielstrebig einen langen Weg auf sich nehmen. Nur um irgendwelche komischen fremden Personen, die sie nicht kennen, rein zufällig irgendwo zu treffen. Hallo, Mann. Hallo. Hallo, Mann. Was ist das? Du sagst, ein Mann ist in einem Baum. Und er braucht meine Hilfe? Die Partie, du würdest ihn lieber verziehen, denn er ist ein bisschen dick. Aber du machst deinen civischen Hand. Okay, schau mir. Der hält sich mit einem Hund. Na gut. Ich habe da so eine kleine Ahnung, wer da im Baum hängen könnte. Ja, ganz eindeutig. Ja. Das ist doch bestimmt... dieser ominöse Dominator. Oh man, das war wild. Nein. Nein. Ja. Ich soll dem jetzt ernsthaft folgen? Okay. Ach du Schande. Jetzt soll ich in den Hubschrauber steigen, ihr seid ja wahnsinnig. Ich will das doch gar nicht. The Dominator. Ja. 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 Er ist wirklich völlig durchgeknallt. Ja. 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 Okay, wir sind über Mount Chiliad. Da unten sollen wir irgendwo landen. Bin schon mal gespannt, wie das jetzt hier abgeht. Wir sind schon relativ weit oben. Die kleinen Wölkchen sind schon unter uns. Die großen Wolken sind aber noch über uns. So gut, im Moment gibt es gar keine Wolken. Dieses Archäal. Da sind ein paar Wölkchen, wo wir jetzt gerade durchziehen. Die lassen wir jetzt auch unter uns. Dementsprechend sind wir bald ganz oben angekommen. Da sieht man so ganz leicht die kleinen Wölkchen vorbeiziehen. Aber es sind ja nicht viele da. Er steigt immer noch. Okay, drücke ich es um zu springen. Na dann. Das ist der Wölkchen, Junge! Oh, schieeeet! Ja, baby! Wir sprechen auf dem Summit! Bikes sind alle zu Hause! Was? Stopp' zu sprechen in pussie-maniforz. Du hast noch nicht gesehen, die Bikes? Bikes? Du hast nicht gesagt, keine Bikes. So Ich muss noch ein bisschen weiter runterkommen damit ich das gut anziehen kann hier Kommt gut, kommt gut So, und jetzt sollte ich auf ein Mountainbike steigen und dann Upsa Sollte ich den warten Ich bin hier So Der macht hier auf den Mega Hast du nicht gesehen? Adrenalin Kontroll, was weiß ich Typen, ja Ich bin die meiste Strecke bin ich hier locker leicht im freien Fall, ja, und der der macht hier mit Ballschirm rum, oder was? Okay Ich fahre ein Rennen gegen den Dominator Aber hier machen wir mal ein bisschen langsam, die Strecke ist nämlich ziemlich mies Wenn man hier zu viel Gas gibt schmiert man irgendwo ab So, aus dem Weg tut hier So, ich nehme ruhig ein bisschen Fortsprung Ups, da bin ich ein bisschen von meinem Stickgerutsch So Kannst mich nicht abhängen, Junge Ich bin direkt hinter dir und ich habe nur nicht einmal richtig Gas gegeben So Was ist los, Domi? Jeder lässt nach Was ist los? So Franklin ist an die Stisse und Franklin rollt jetzt auf Du kannst nichts dagegen machen Und jetzt hat er Tier totgefahren Ja, ein ordentliches Tempo drauf Da kriegt man schon leichte Daumenkrämpfe hier Aber er hat noch nicht gewonnen Was ist los, Domi? Was ist los, Domi? So Neuer Kontakt Dom Kalkuliertes Risiko Wir haben den Dominator kennengelernt Im GTA Online hatten wir ihn irgendwie glaube ich auch schon mal So Ich glaube, dass das immer noch die falsche Uhrzeit war Es gab hier auch irgendwann mal da oben Und jetzt sind wir halt gerade wieder in der Nähe Vielleicht taucht er jetzt in der Nähe Vielleicht taucht er jetzt in nächster Zeit auf So Franklin ist auf den Geschmack gekommen Yeah Der Ja 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 Okay. Und ab auf die Straße und über Autos springen. Uh. So, siehst du, da ist doch das F. Ja, ist es doch. So, fahren wir da mal. Was war das denn? Kommt denn der Stein her? Der war da eben noch nicht. So. Ich fahre einfach mal gerade darauf zu. Ja, aber ich fürchte, dass dieses gerade darauf zu hier ein falsches gerade darauf zu ist. Wuhu. Oh, Mann.